das war ja easy kurz weg gemacht dann können wir jetzt eigentlich wieder rein ne genau wo ist denn hier das nest so jetzt kurz hauen ja 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 scheiße so jetzt gehen uns die erstmal nicht auf den Sack aber der hier wird ein Brummer das war's brennstoff ok da liegt auch noch was flüssiges Dingsbums das war doch wieder zum kombinieren hier oder nicht kombinieren mit dem was ist das Kraftstoff für den Brenner ah aufladen hier nice schön können wir das auch kombinieren aber nix mit ah zeigen sie es sogar oh sieh mal einer an das stand ja geh nicht hoch aber wir gehen nicht hoch wir gehen da runter da ist wieder ne Münze ein paar mehr und wir können die Magnum freischalten ja ich bin's Ethan erzähl kein Mist mehr Mia ich will antworten ich weiß ich weiß du hast recht und ich wollte es dir ja sagen aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg so das ist wahrscheinlich das für die was machen wir jetzt was machen wir jetzt was machen wir jetzt meißen wir das ein we lorden heilen wir nehmen ne Heilung manche halten mich jetzt für bekloppt aber wir müssen das mitnehmen wir müssen das mitnehmen kommt man hier durch natürlich nicht natürlich nicht okay ach sieh mal einer an kleines Püppchen hat sich da versteckt so die Frage ist wie kommen wir jetzt da hin ah Bringt das Versteckspiel jetzt wieder an, oder was? 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 Hier müssen wir uns auch noch mal kurz umgucken. Da ist doch irgendjemand, ich höre das doch. Ich höre das, ich höre das. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, hier waren wir schon. Das Ding haben wir immer noch nicht. Farke. Okay. Kommt die hier dann, oder was? Bitte komm nicht raus. Bitte komm nicht raus. Bleib einfach drin. Bitte komm nicht raus. Bitte komm nicht raus. Yes. Weg bin ich. Tschüss alte Oma. Mist, 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 Mist. I. Da musst du jetzt durch. Schrei noch lauter. Boah. Boah. Oh, Omi, wo bist du, hä? Selbstverständlich gucken wir erstmal hier jetzt. Was ist das? Was ist das? Das hier auch nutzen? Ja, Mann. Das kann man auch benutzen. Irgendwas zieht doch da dann aus dem Wasser. Aber wir haben dieses Ding leider nicht. Okay. Wir haben dieses Ding leider nicht. nicht. Okay. wie eine Rabentür. Wie eine Rabentür. Was ist das? Wie eine Rabentür. 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 Passt nicht. Schade. Kranker Shit. Nun, müssen wir wohl hier runter. Das ist der Gang, wo Mia geflüchtet ist, ne? Ja, das wird er sein. Steinwolle, geil. Alter, er juckt gut. Kommt jetzt schon wieder die Muddy hier an, oder was? Kommt die wieder hier aus der Ecke gesprungen? Gibt's hier was? Leider nein. Backeldacke. So, dieses Ding hier, das brauchen wir, ne? Scheiße, jetzt haben wir hier nix, was wir... Womit kombiniert man das denn? Hm. Aber die kombinieren? Auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir wieder einen Heiltrank nehmen? Die brauchen wir definitiv, da geht kein Weg dran vorbei. So, jetzt haben wir die Kurbel. Oder da geht einfach ein Weg hoch, wenn wir das kurbeln jetzt. Kann ich mir gut vorstellen. Da kann aber auch passieren, dass die alte jetzt angerannt kommt. Pff, egal, Risiko. Ja. Kurbel wieder mitnehmen. Das alte Haus nach den Serum durch... Ja, ja. Draußen war noch eine Kurbel, ne? Was ist der Eingang? Scheiße. Scheiße. Aua. Du blödes Mistvieh. Du blödes Mistvieh. Jetzt bin ich mal gespannt. Geil, ne Kiste. Und wir haben nix frei. Wir haben nix frei. Cran-Schlüssel. Den brauchen wir. Den brauchen wir, ob wir wollen oder nicht. Fuck. Wo war denn hier das Safe-Haus? Müssen wir wieder einmal komplett zurück... Fuck. Heilung nehmen bringt nix. Ah, fuck. Jetzt müssen wir zurück. Also einmal hier... Rechts. Einfach rechts halten. Jetzt rennt genau die Bratze natürlich da lang, ne? Zwing mich nicht, dir dein schönes Gesicht abzuziehen. Ja, bist du. Ach. Hast du mich jetzt gesehen oder was? Nicht richtig. Hast du mich jetzt gesehen oder was? Pfff. Puh. Oh, oh, oh. Alter, geht die mir auf den Sack. Boah, Alter, beweg dich mal. Alter. 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 Oh, oh. Ah, endlich. So, erstmal safen.